Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück von unserem leichten Bro-Project-Project. Ja, Bro-Jack. Set check in the brother, Bro-Jack. Hit the Bro-Jack. Ja, ein bisschen spinnen darf man, ja. Ah, ein bisschen. Ähm, ich wollte dich, tut mir leid, ich wollte dich nicht ins Wasser schubsen. Das mit der Treppe sieht auch ulkig aus, finde ich. Ach ja, wir könnten ja jetzt rein theoretisch auch einfach mal kurz mit den Leitern, Stufen, da nach oben flitzen. Flitzen vor allem. Wow, es ist geflitzt, ja. Hopp, festhalten und nach oben. Naja. Sind wir auf jeden Fall schon da oben. So, und dann kommt nämlich hier. Kacke, ich glaube, wir machen das aber eher in die andere Richtung, oder? Weil da der Weg ist. Kacke, dann hätte ich die Leitern auch... Nee. Hallo? Hallo, was mache ich da? Nächst mache ich da. Kann ich da denn überhaupt auf der anderen Seite raus? Ja, oje. Pff, geht irgendwie. So. Hopp. Und dann kommt nämlich hier. Oben drauf. Kloster. Und Glas. Wo ist das Glas jetzt hin? Da, ich dachte schon, ich habe es vergessen. Wäre ja dann wieder toll gewesen. Das reicht, oder? Zwei Reihe. Ja, es reicht immer zweier Reihe. So, und dann machen wir... Hier, kleines Dächle drauf. Und den Klausel da weg. Toll. Das klappt wieder super. Ich will da hoch. Kann ich da irgendwie hoch... Ne. Doch so. Nein, das waren die Falschen. Schräge, schräge, kalfängige, prisma... Nein. Das war die, wo ich wollte. Ah, ich hasse das. Das ist also so richtig cool konzipiert, ist das hier noch nicht. Man muss da auf jeden Fall... Hä? Das ist doch heute aber auch... Mich das gerade nervt. Mich nervt das gerade wirklich. Nein, ich will das nicht so. Ich will das... Wie komme ich jetzt da hoch? Gar nicht. Ich habe nur noch sechs Erde. Wie mache ich das denn jetzt? Jetzt muss ich ja echt was anderes nehmen als Erde, ja? Ja. 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 Wie bescheuert. Ich gehe jetzt mal hier runter. Und jetzt am einfachsten. Oder auch nicht. Hallo! Boah, wie mich das nervt, ne? Das ist echt bescheuert hier. Richtig bekackert, beknattert. Nein, ich habe jetzt nicht bekackert gesagt. Oh, das war... Nee, das ist das einzige... Nein. Ich hoffe, dass die anderen jetzt die Schrägen da jetzt richtig waren als... Nein, natürlich sind die alle falsch. Mann. Die kann man da doch einsetzen, oder nicht? Ich habe das doch schon gemacht. Autsch. Ist das jetzt richtig? Die Wolle wieder wegmachen. Ich hoffe, ich bin gerade irgendwie... Verwurrt. Ja. Gut. Müssen wir das hier nochmal machen. So, kann ich die Wolle nochmal wegmachen. Kommen wir da jetzt hoch? Ne, noch ein, zwei, drei, drei. So. Hopp. Nein, nicht so. So, danke. So, Dachdecken ist schon kompliziert, ne? Denk mir auch, im echten Leben ist das auch so kompliziert. Ich muss da echt so... So ganz hoch unter dem Dach und dann rutschig und schräg und... Ne. Nichts für mich. Sieht man, ne? Ja. Aber ich dachte, das geht hier auch rein. Habe ich mich echt verirrt, oder was? Ist das nur mit Stufen dann, oder wie? Komisch. Oder muss das hauen? Geht natürlich auch, ne? Das geht jetzt gar nicht so. Ne, das ist jetzt falsch. Ach so, geht das auch, hm? Verstehe. Was auch immer. Hä? So, und da? Haben Sie jetzt da noch die Spitze drauf? Das war ja klar. Das war ja wieder so typisch. So, machen wir das erstmal so. Was ist das denn für eine Spitze? Das geht ja gar nicht. Wir haben natürlich auch einfach die Spitze, ne? Statt einfach... Und hier habe ich meinen Kopf heute komisch. Ich habe das Gefühl, ich verkrampfe meinen Nacken gerade die ganze Zeit so komisch. Und dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Muss ich hier echt mich ein bisschen konzentrieren. Ich habe echt Angst, dass wir hier runterfallen. Weil so auf einem normalen Dach ist das gar kein Problem. Aber hier ist es schon echt hoch. Ich werde vielleicht den Nicht-Shift drücken, wenn ich... Gerade Block platzieren will. So. Haben wir denn... Zäune dabei? Ja, super. So, dann fangen wir mal hier an. Gehen wir mal hier rum. Und dann machen wir hier weiter. Dann haben wir hier nochmal so einen Aussichtsgucker. Ne? Oh ne, jetzt habe ich da überall noch die Erde dran. Wir hatten da doch hier irgendwo noch ein Erde. Genau. Danke. So. Shit. Oh ne, jetzt haben wir... Okay, wisst ihr, was ich da jetzt mache? So. Los dann. Und nochmal so. Boah, ich hoffe, dass es jetzt gut aussieht von unten. Wenn es jetzt kacke aussieht, dann bin ich sauer. Oh, dunkel ist es hier. Wie wir das hier innen machen, weiß ich ja auch noch nicht. Ehrlich zu sein. Jetzt überall. Ich muss nochmal kurz hoch. The Monkey. Hier sollte irgendwo auch noch an der Ebene sein. Hier, ne? Ach ja, deswegen habe ich vorhin gesagt, brauchen wir hier eigentlich keine Wolle. Weil eigentlich hier... Okay, das machen wir dann gleich. Zum Beispiel. Ba, 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 ba. Wir werden jetzt mal kurz schlafen. Schlafi. Hopp. Überall Zombies. Ich sehe es schon kommen. Burn, Baby, burn. Jetzt gucken wir uns die Sache ja mal an. Gehen wir mal am besten da rüber. Nö, ich seh dich nicht. Ich ignorier dich einfach. Bist nicht da. Bist nicht da. Ähm, hopp, hopp, hopp. Na und, wie findet ihr unseren Leichturm? Jetzt kommt die Erde da noch weg. Dann kommen wir hier auch noch mal zur Zäune hin. Uah! Hey, wie cool. Der Ding geht gar nicht kaputt. Oh, ich mag unseren Leichturm. Da müssen da noch Fenster rein. Was ist denn hier heute los? Hi. Ich hau mal jetzt mal. Oder? Cool. Oh, der hat einen verzauberten Bogen, der da drüben. Den krieg ich nicht kaputt. Johnny Moe. Bogen? Haben wir jetzt keinen verzauberten Bogen bekommen? Toll, war ja wieder klar. So, ähm, jetzt müssen wir da hoch. Wir müssen irgendwo zwischendrin dann noch. Wir brauchen rote Wolle. Ja, okay, das werden wir ja wohl hinkriegen. Wir haben ja noch ein bisschen. Drei, vier, fünf. So, das sollte eigentlich reichen. Tö, tö, tö. Machen wir erst mal so viel. So. Äh. Ach nein, 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 nein. Die schwarzen Steine. Oder? Für was waren die denn? Nee. Machen wir gar nicht. Hallo? Hallo? Vorwärts hoch. Was sind denn da Löcher? Ah! Nein, nichts passiert. Was ist denn da ein Loch in der Wand? In der Decke? Ach so. Ja, klar. Ich weiß wieso. Lass mich mal da... Lass mich mal da raus. Danke. Danke. Machen wir hier mal kurz einmal rum. Dass wir nicht runterfahren. Dann machen wir die weiße Wolle da weg. Oh. Ja. Also wir werden noch ein bisschen was... Nein, ich bin falsch. Nee, das ist schon in Ordnung so. Das war nicht ganz richtig, aber... Ähm... Dann laufen wir ja einfach einmal hoch. Weil... Mädels, Jungs, ich bin verwirrt. Merkt man. Wie immer. Ich... Ab ja hier... Hier muss es ja dann praktisch auch nochmal rausgehen. Also am besten hier, auf der anderen Seite. Jetzt habe ich die schwarzen Steine nicht gemacht. Die brauche ich ja wirklich noch. Einmal wieder runter. Hopp, 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 hopp. Mal direkt mal das Zeug hier unten noch einsammeln. Schwarze Steine. Ähm, eins, zwei... Aber vier mal acht. Das sollte eigentlich reichen. Tschüssi! Wir überziehen auch schon wieder gnadenlos, aber ich möchte das jetzt hier noch kurz fertig machen. Ich bin so verwirrt. Ich möchte gerne diese Verwirrung aufheben. So, hier sind wir jetzt... Hallo? Stopp. Hallo? Danke. Das heißt aber wirklich, das kommt hier eigentlich noch weg. Weil da kommt ja dann... Schwarze. So, und dann wollten wir ja eigentlich auf der anderen Seite hochgehen. Was wir jetzt tun? Das heißt, jetzt geht es hier raus. Mhm. Ah. So, hier geht es auf jeden Fall jetzt gerade raus. Das ist schon mal gut. So, und Leiter können wir ja auch mal hinpacken. So. Jetzt können wir das mal hier so weitermachen, weil hier ja auch noch Leiter hinzukommen. Vielleicht kann ich mir die Leiter, die hier auch rot machen. So, wir haben die Leiter hier weg. Bloß die Wolle. Oh. Die Wolle auch. So. Okay, es wird langsam. Es wird, es wird, es wird. Ich bin zuversichtlich. Oh Gott, jetzt dachte ich gerade, ich fall da runter. Das ist immer blöd, wenn man auf der Leiter steht, das Zeugs abzubauen. Das dauert ewig. Ba, 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 da. Hätten wir vorher dran denken sollen, ne? Dass wir auf der anderen Seite rein wollen. Ja. Die Strafe jetzt. Aber wir können das auch einfach so machen. Warte mal. Na, das bringt es jetzt auch nicht. So, jetzt muss ich ja trotzdem hier auf der Leiter die Dinger abpacken. Geht die eigentlich mit der Ding schneller? Gucken wir mal, gucken wir mal. Festhalten. Nein. Auch nicht wirklich, ne? Naja, wir haben es ja gleich geschafft. Wir haben es gar nicht geschafft. Da, da, da. Ach, wir müssen auch noch die Leiter, die Wolle da wegmachen. Das kann ich ja dann immer noch machen. Also, beziehungsweise können wir das ja dann auch in der nächsten Folge machen. Ich, äh, will nur mal die Leiter ja weg haben. Und dann oben noch den Zorn drumrum machen, dass wir nochmal unser Werk... Ach so, und die... Das wird viel zu viel. Das kann man, da, da kann man eigentlich schon eine komplette Folge mitstopfen. Deswegen rande ich jetzt gleich nur nochmal hoch und, äh, mach einmal den Zorn außenrum weg. Und dann... So, hopp, 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 hopp. Den Zaun. Das ist nämlich unsere, einmal unsere Aussichtsplattform. Und oben ist der Mini-Bakon sozusagen. Äh, hä? Mit dem Licht gucken wir dann nochmal, wie wir das machen mit den... Fackele, Fackele hier oben. Schau nicht besser an, den Leuchtturm. Ach ja, ein Fenster. Oh, guck mal, wir sehen uns da, da sogar unsere Farm jetzt da. Unseren Tempel sehen wir nicht, aber die Bahn da hinten. So. Mit den Fenstern kommen wir uns... Dann machen wir mal bei uns dann... In der nächsten Folge, weil dann haben wir nämlich hier einen Raum, für was auch immer. Secret Place. Und dann müssen wir noch Fenster reinmachen. Und dann ist es schön, oder nicht? Mach mal hier auf. Mach mal dazu. Dann rennen wir schnell rüber. Vor es wieder dunkel wird. Ohne Bett. Super. Das Bett noch mitnehmen sollen. Geil. Geil. Oder? Ist ja schick geworden. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig da oben. Sieht ein bisschen komisch aus mit dem Fenster. Aber ist doch schick geworden, oder nicht? Aber ich sehe gerade, mit einer Leane dran würde das auch cool aussehen. Oder? Uh. Gut. Aber dann mache ich jetzt hier einmal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.